Ja, warum verwendet ihr denn keine Mineralfilter? Ihr habt ja gar keine Mineralien drin. Ja, das ist ja totes Wasser. Also heute mal ganz konkrete Beispiele, was das bedeutet, Mineralien, Mineralisierungsfilter. Wie hier zum Beispiel, ich zitiere jetzt mal einen Text, dann können wir alle miteinander lesen. Dieser Mineralfilter enthält bei 1800 Grad gebrannte, energiereiche keramische Kugeln, die aus 20 verschiedenen Mineralien bestehen. Diese sorgen für eine erneute Verwirbelung des Wassers und geben Spuren von Eisen, Ionen an das Wasser ab. Somit werden bioenergetische Schwingungen an das Wasser in einer Wellenlänge von 10 Mikronen abgegeben. Die Summe dieser Vorgänge nimmt einen positiven Einfluss auf die Wasserdichte, Ionisierung, Leitfähigkeit, Oberflächenspannung und den pH-Wert von osmotisch behandelten Wasser. Lebensdauer 12 Monate und dann die Werte vom Kalzium, Magnesium und so weiter. Ja, was ist denn das als Auflösung? Gleich am Ende, welches es ist. Also Sie sehen hier eine enorme Vielfalt von sogenannten Mineralisierungsfiltern mit allerlei Zugaben. Das ist alles in diesen berühmten Mineralisierungsfiltern drin, wo die Aussagen also immer gleich sind. Wichtig, 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 wichtig. Aber jetzt kommen wir auf das Kernthema. Auch hier Original Okinawa-Koralle aus Fukushima aus Japan. Da wäre ich sowieso vorsichtig. Aber hier sehen Sie zum Beispiel den Filter. Der ist sehr schön. Aber ich zeige das mal hier drauf mit dem Finger. Da ist eine Schicht. Und wir haben früher auch solche Experimente gemacht. Und da haben wir gehörig eine auf den Deckel bekommen, und zwar vom Labor. Warum? Weil, schauen Sie, hier sind auch diese ganzen Mineralien drinnen. Da sehen Sie das, wie das Wasser steht. Und Wasser und Keime und Leben liebt Wasser und liebt Steine. So, und aber auch Steine heißt Keime. Und hier haben wir also vom Labor Versuche immer wieder gemacht und gehörig eine auf den Deckel bekommen, weil die gesagt haben, du bist ja verrückt. Die sind ja total verkeimt. Das sind ja richtige Keimschleudern. Und deshalb verzichten wir bewusst auf diese Mineralien, denn über Obst, Gemüse, Smoothies und alles, was dem Herzen oder was gut schmeckt, da sind Mineralien wertvoll. Und die Auflösung dieses ganz tollen Filters, wo ich Ihnen gerade beschrieben habe, diese tolle Anzeige, sind genau diese wertvollen, optimal aufeinander abgestimmten Mineralien mit, was haben sie, eine Wellenlänge von 10 Mikronen. Also insofern, das ist der Grund, warum ist der Water Mineralien dringend empfiehlt. Nicht dringend, aber davon abrät, sich da mit der Werbe-Gag Mineralien Mineralisierung zu beeinflussen. Denn damit können Sie nicht einmal ein Hundertstel, nicht einmal ein Tausendstel Ihres Tagesbedarfs decken aus diesen Steinchen. Nehmen Sie lieber eine gute Banane oder frische Erdbeeren im Mai und die gehen in die Zelle, weil die haben 98% Wasser und die Energie der Sonne. Die haben Bio-Photonen drin, natürlich alles messbar. Das ist wahre Lebensenergie. Und deshalb sauberes Wasser plus Mineralien aus Gemüsesäften, Obst und Smoothies. Das ist unser Tipp. Und deshalb vor allem aus Angst, und es wird dir niemand anders sagen können, dass hier, wenn das Wasser steht, dass das verkeimen kann und es wird verkeimen. So ist es ja nicht. Also, deshalb keine Mineralien, keine Mineralfilter bei Wasserfilteranlagen. Wasser ja, Belebung ja und dann Sicherheit, Schutz, Verviren, Keimen und Bakterien. Untertitelung des ZDF,